Hi, mit diesem kleinen Tipp wirst du immer, wenn die Frau wirklich Interesse hat, auch tatsächlich ein Date vereinbaren. Nämlich auch wenn eine Frau interessiert ist, grundsätzlich, kann es sein, dass wenn du sie falsch nach einem Treffen fragst, dass sie trotzdem absagt. Allein, weil das schon für sie Aussage genug dafür war, dass sich ein Treffen mit dir gar nicht lohnen könnte. Und ich kann dir sagen, damals habe ich am laufenden Band Treffen nur auf diese Weise vereinbart. Ich bin hingegangen und ich wollte mich mit einer Frau treffen und dann habe ich gesagt, oh du, sollen wir uns nicht mal treffen? Ja, hast du denn schon irgendwie, hast du eine Idee, was wir machen könnten und wann hast du denn eigentlich Zeit und so? Am besten doch in der Sprachnachricht genau mit dem Ton. Nein, so funktioniert es nicht. Und der Grund dafür ist, weil eine Frau von dir entführt werden möchte. Eine Frau möchte, dass du sie auf ein Abenteuer mitnimmst und sagst, hey, ich kenne da dieses coole Restaurant. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass kein Corona ist. An der Straßenecke, das ist ein Sushi-Restaurant, ich feiere das mega. Lass uns am Freitag um 20 Uhr, lass uns da was essen gehen. Was hältst du davon? Das ist eine Einladung. Das ist ein Mitnehmen. Ein Ich entführe dich. Also, okay, das kam jetzt ein bisschen schlecht drüber. Ein Komm mit. Ein Handreichen. Und das wird die Frau wahnsinnig geil finden. Und ich kann dir sagen, dass das eine Sache ist, die super funktionieren wird. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Treffen. Gut. Ich wünsche dir viel Spaß.